Moin auf meinen Kanal zu einem weiteren Video und über das ein oder andere Thema. Unter anderem ist es natürlich so, dass unser SVW nicht nur ein oder zwei Torhüter verpflichtet hat, sondern es gibt tatsächlich einen dritten Mann. Das mag irgendwie natürlich dem einen oder anderen völlig klar sein. Ich muss gestehen, mir ist das immer so ein bisschen durchgerutscht und jetzt ist es eben tatsächlich passiert, dass Mio Backhaus ja wohl irgendwie die Nummer 2 sein soll, nach Michael Zetterer. Und nun ist es so, dass uns Eduardo dos Santos Hesler verlässt, also genauer gesagt den SVW, und zu Viktoria Köln wechselt. Ich denke, mit 25 Jahren auf Dauer die Nummer 3 zu sein, kann nicht die Lösung sein. Und von daher wünsche ich dem jungen Mann SVS 25 alles Gute und ich hoffe, dass sein Plan aufgeht, dort mehr Spielzeit zu bekommen. Und ja, Werder hat auch gleich Ersatz organisiert, und zwar Markus Kolke, der, ja, dann eben die Nummer 3 sein soll. Und laut Clemens Fritz, Markus passt voll in unser Anforderungsprofil. Wir haben einen erfahrenen Keeper gesucht, der im Training Druck auf Michael Zetterer und Mio Backhaus machen und mit seiner Erfahrung auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnehmen kann. Ja, also mir sagt der Herr natürlich logischerweise gar nichts. Und daher kann ich mir da auch irgendwie ganz und gar überhaupt kein Urteil erlauben. Natürlich ist es aber notwendig, dass man einen dritten Mann hat. Und ja, ich kann Herrn Kolke nur alles Gute wünschen. Willkommen in Bremen. Und mal gucken, ob er dann halt irgendwie auch in irgendeiner Form zum Einsatz kommt. Ich hoffe das nicht. Wobei bei Mio Backhaus ja auch der ein oder andere Verein angeblich angeklopft hat. Und wir alle wissen, die Transferperiode fängt nicht, wie ich bereits schon mal formuliert habe, am 1. Juni an. Der ist nämlich schon um die Ecke. Sondern am 1. Juli. Und da kann natürlich noch viel passieren. Ja, dann hat es eine Umfrage gegeben beim SV Werder Bremen. Und zwar auf deren WhatsApp-Kanal, wer denn aus Sicht der Werder-Fans der Spieler der Saison 2023-2024 sei. Und da haben tatsächlich 16.000 User abgestimmt und 7.000 Stimmen und Romano Schmid für sich verbuchen. Also ist aus Sicht derjenigen, die abgestimmt haben, Romano Schmid, der Spieler der Saison. Also ich gehe da, ja, wenn man jetzt die letzten sechs Wochen nimmt, in denen Romano Schmid auch aufgrund vom Personalmangel im Sturm tätig sein durfte, dann würde ich dem folgen. Das hat ihm definitiv geholfen. Jetzt zum Ende der Saison hat er definitiv seine besten Spiele abgeliefert. Ja, und auf Platz 2 ist da Michael Zetterer mit 3.500 Stimmen, ungefähr 3.500 Stimmen gelandet. Und Justin Jinba, der leider zum Ende der Saison nicht mehr zum Einsatz kommen konnte, weil er verletzt war, beziehungsweise erkrankt. Und, also ich bin mir relativ sicher, dass das Romano Schmid in die Karten gespielt hat. Und am Ende des Tages muss man auch sagen, das hat auch unserem SVW in die Karten gespielt, denn mit dem 3-4-3 oder 3-4-2-1, das Ole Werner zum Schluss spielen lassen hat, hat Werner wirklich offensiv endlich mal überzeugt. Ich bin gespannt, wie das dann in der neuen Saison aussehen wird. Ich wollte mal, der ist ja nicht mehr da. Und wenn es dazu kommt, dass Alvero, Skelly Alvero, tatsächlich unterschreibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der dann die Rolle von Nick Woltemater einnehmen wird. Wenn es denn so sein soll. Schreibt mir dazu gerne in die Kommentare, was ihr für Ideen habt. Und ja, da wären wir auch gleich bei einer weiteren Umfrage, die ich geschaltet habe. Ich habe nämlich auf meinem YouTube-Kanal unter anderem eine Umfrage geschaltet zu der Aussicht, dass Skelly Alvero bei unserem SVW bleibt und einen Vertrag unterschreibt. Und tatsächlich haben über 80% von 72 Teilnehmern abgestimmt und gesagt, dass sie das begrüßen würden. Und nur eine Minderheit ist davon nicht überzeugt, dass Skelly Alvero uns weiterhelfen kann. Gut, und es ist immer noch Spekulation, also es ist immer noch nicht ganz klar, Clemens Fritz hat jetzt jüngst formuliert, dass es noch ein paar Kleinigkeiten zu klären gibt, damit Skelly Alvero dann bei Werder bleiben kann. Ich hoffe, dass es dazu kommt. Ich habe ja meine Haltung dazu auch schon mitgeteilt. Und dann gab es natürlich auch noch eine weitere Umfrage, und zwar zum Los für den DFB-Pokal. Unser SVW hat ja das Vergnügen, gegen Energie Cottbus antreten zu müssen. Und ja, also die Einschätzung über das Los ist so pari-pari. Die eine Hälfte findet das gut, die andere findet das nicht so dölle. Aber was ich erstaunlich finde, dass insgesamt tatsächlich 35% davon ausgehen, dass Werder in der ersten Runde rausfliegt, das finde ich schon ziemlich heftig. Wobei, muss man auch ganz klar sagen, Werder hat sich in den letzten Jahren im DFB-Pokal überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert. Von daher ist das irgendwie nachvollziehbar. Allein ich hoffe, dass unser SVW dann, wenn es dann losgeht im DFB-Pokal, endlich begreift, dass man das irgendwie auch mal so ein bisschen ernst nehmen muss. Weil selbst Drittligisten können irgendwie auch ein bisschen Fußball spielen, wie wir jetzt in den letzten Jahren des Öfteren feststellen durften. Ja, und Werder hat sich da wirklich also in letzter Zeit einfach nicht mit Ruhm bekleckert. Ich hoffe, dass diejenigen, die sagen, Werder fliegt raus, daneben liegen. Denn da geht es ja auch immer wieder um den einen oder anderen Euro. Und apropos Euro, nachdem, ja, das ist auch ein Thema, was natürlich immer wieder relevant ist. Wie kriegt Werder irgendwie Geld rein? Und nachdem Wohninvest ja Insolvenz angemeldet hat und als Sponsor ausfällt, ist es Werder jetzt gelungen, einen neuen Partner zu gewinnen. Und zwar AcelorMittal Bremen wird Werder-Partner. Ob die jetzt eine feste Summe zahlen, kann ich noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist hier die Rede davon, dass man gemeinsam Projekte auf den Weg bringen will. Und ja, der Stahlhersteller sitzt in Bremen, ist hier seit Ewigkeiten ansässig. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben, grünen Stahl produzieren zu wollen. Von daher finde ich die zusammen aber jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn ich das sagen darf, es gibt ja noch den einen oder anderen Sponsor, der aus meiner Sicht höchstkritisch zu bewerten ist. Da gibt es zum Beispiel Neobet-Wettanbieter. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Herr Moller ist ja der Innensenator hier in Bremen. Und der hat sich auf die Fahne geschrieben, dafür zu sorgen, dass Wettanbieter nicht mehr werben dürfen in deutschen Stadien. Und da bin ich voll bei ihm. Ich bin mir natürlich sicher, dass Werder das, was ich ihr sage, nicht hört. Nichtsdestotrotz möchte ich es trotzdem loswerden. Ich würde mich freuen, wenn Werder sich von solch einem Werbepartner trennen würde. Weil, ohne dass ich jetzt auf diese Materie massiv eingestiegen bin, ich habe mal einen Bericht darüber gesehen, ist es halt so, dass diese ganzen Wettportale so aufgestellt sind, dass sie zum Wetten verleiten und Leute anlocken und eben auch junge Leute. Und dass bei den Menschen, die halt instabil sind, die Gefahr groß ist, dass sie halt dann wettsüchtig werden. Und ich finde, dass auch ein SV Werder Bremen mit solch Unternehmen nicht zusammenarbeiten sollte. Ja, schreibt mir dazu auch gerne in die Kommentare. Schreibt mir insgesamt in die Kommentare, wie ihr die Entwicklung momentan bewertet. Die passiert ja momentan nicht. Ist ja auch logisch. Das Transferfenster ist halt eben noch nicht auf. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.